. Also auf das Haus. Und natürlich auch gute Nachbarschaften. Gleichmäßig atmen. Komm, weiter! Wieso bist du immer bei dem Verein hier gelandet? Schon mal was von Systemunterwanderung gehört? Ich kann jetzt nicht. Ja, ich meine Frieden. Ist alles gut zwischen uns? Ist alles gut schon? Möchte sie eigentlich nicht immer mal sagen. Was für dich? Krieg ich hier eigentlich irgendwas nicht mit? Nein, ich bin Vater geworden, verstehst du das? Mark, weiß ich nicht. Was bist du denn? Mark, was ist mit mir? Man, ich kann nicht mehr nicht mehr einfach wirklich sein! Danke.